Schnelle Zunge. Nee, das geht ja jetzt nicht. Du kannst es ja mit da rauf oder weg schieben. Ja, du musst aber aufpassen mit den Laser. Das habe ich mir ja auch extra gemacht. Die ganzen Koryphäen, die kippen mir das ja hinter. Die haben das noch gar nicht gesehen. Das merken wir welche gerade. Dass die hinten kein Schild haben. Das wissen die nicht. Da könnte ich dann ausschlippen. Weil sowas sieht man eigentlich. Ich fahre noch mal. Warte, ich fahre noch ein Stück. Und so auch. Das ist der Laserpointer, der auf den Videos zu sehen ist. Der Anhänger darf nicht ins Wasser. Kann er aber holen. Der hat doch Luftreifen, die schwimmen oben. Ach so. Hat der Luftreifen, schwimmen die oben dir? Warte, ich fahre dich raupe weg. Oder soll ich sie aufladen, damit du mehr Platz hast? Was vor jetzt? Ja, was willst du denn jetzt machen? Ich fähre da durch. Ich denke, du willst kippen. Ja. Ach so. Aber nicht hinter der Rasse. Bitte nicht. Denkst du jetzt ab? Ja. Sehr gut. Kann ich da hinfahren oder bleib der Anhänger nicht still? Ist der denn ein Bremstier? Ja. Ist der denn abhängt oder ist der gebremst? Nee, leider noch nicht. Nee, aber... Ja. 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 Dirk, du kannst ruhig Zeit lassen, ich hab liegt da noch oben, das ist kein Problem. Alles blieb schon ein Geier, es gibt da draußen Spaß, nein es kommt aber, jetzt zeig das mir aber. So was würde ich niemals sagen. Und jetzt Auge. Jetzt gibt das. Jetzt muss ich das erst einmal schieben bevor der Rest abgeht. Alle müssen warten mit dem Abkippen, dass er geschoben hat, aber der Schieber kann da nicht ran. Nee, das ist immer so. Schlimm, aber das können wir schon nicht. Da fährt er dir noch gegen mich raus. Das kann es nicht sein. Da schieben Arme an die Hauke. Blimmer. Die Hauke. Ja. Die Hauke. Die Hauke. Die Hauke. Die Leute, die Hauke. Die Hauke. Die Hauke. Die Hauke. Die Hauke. Und die Strecke kommt dann wieder zu sehen. Also, die Fingerschein ist da. Oder die Fluss. Ja. Ähm, jetzt... Wir sind so zu sagen, dass das ist operiert. Und die Strecke... Ja, sonst kenne ich ja nicht mehr. Ja, sonst nicht mehr. Jetzt ist doch ein Strecke. Das kann ich nicht. Ja, am besten da. Mittig. Mittig. Und teilweise schon. Wenn da weit genug drinsteht, brauche ich nicht so viel. Alles gut. Könnte das ja auch so machen. Ja? Ja. 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 Vielen Dank. Jetzt ist er ganz leer. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020